Woher bekommt ihr das Wissen? Also es gibt dann natürlich verschiedene Tools und Erweiterungen. Komponente. Über meine Wurzelkomponente. Es gibt immer eine Root-Component. Das ist ein Baum. TypeScript kann nicht groß genug sein. Aber auch da ist die gute Nachricht. Es zwingt sie niemand, diese verkürzte Schreibweise zu benutzen. Die Spannung steigt ins Unermessliche. .NET, CH, BPF und AngularJS. Ich würde es nennen, eine Near-Native-Technologie. Es ist nicht das gleiche Ergebnis, wie man mit Xamarin. wenn man straight iOS- oder Android-Development macht. Dass man halt immer up-to-date ist. Man lernt immer neue Sachen kennen. Und auch allgemein, man lernt neue Leute kennen. . 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 Untertitelung des ZDF, 2020